Wir brauchen weibliche Verstärkung hier. Guckst du dir an. Vielen Dank dir. Dann schauen wir mal, was wir haben. Damit ich weiß, dass die Stunde gestärkt wird. Die Stunde der Wahrheit. Das ist eine Funkuhr, Carsten sogar. Eine Funkuhr ist das? Ja, die sagt immer die richtige Uhrzeit mit XXL.